Ladies and Gentlemen, it's time for Krizzly TV. Und dann hoffe ich mal, dass die Runde diesmal besser läuft. Hoffe ich. Warten, 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 warten. Ich hasse es. Warten. Aber hier geht das noch einigermaßen. Er sucht ja jetzt gerade nach einem Raum. Ja, da haben wir auch schon Tallinn. Das ist die erste Map, glaube ich, von oben links, die ich eigentlich mal machen wollte. Aber ich habe leider den Raum nicht voll gekriegt. Also schauen wir doch mal, ob es dieses Mal besser wird. Keine Primärwaffe ausgerüstet. Warum nicht? Da müsste meine M4 drüber sein. Wo ist die denn hin? Dann muss ich mit der AK spielen. Das sind wieder Deadman X20 mit seinem Super Ping. Und da ist er noch. War das jetzt ein Anzeige-Bug oder was sollte das gewesen sein? Ja. Funktioniert doch, oder? Ja, läuft. Läuft. Ich meine, schießt. Laufen kann sie ja noch nicht. Jo, das war mal ein Fehlschuss. Vom feinsten da. Ja, schön um die Ecke schießen. Aber einen habe ich mitgenommen. Das hat gezählt. Einen musste ich mitnehmen. Nach loben. Nach loben. Ja. Voll in die Kopf. In die Kopf, Junge. Ach ja, versuche ich mal mit dem Messer zu erschießen. Er hat bestimmt ganz doll gezittert gerade, der Typ. Aber ich habe dich mit dem Pistol definitiv noch fett getroffen, Junge. Definitiv. Ich merke gerade, ich bin hier mit meiner Maus irgendwie ans Ende vom Mausrad gerutscht. Ach, vom Mausrad gerutscht. Was labere ich denn da schon wieder für ein Müll heute? Ans Ende meines Mauspads gerutscht und hänge dann mit dem Kabel etwas straffer an der Tastatur. Was mich gerade etwas, äh, dezent am abfacken ist. Ey komm, habe ich nicht mal einen mitgenommen? Ich habe es noch knallen gehört hier. Was ist denn da los? Uppala. Die Steuerung ist nach anderthalb Wochen, zwei Wochen, immer noch etwas gewöhnungsbedürftig für mich. Aber, wenn ich dann so ein bisschen an CSGO denke, fällt es mir so ein bisschen leichter. Äh, erst weglaufen, dann nachladen. Finde ich eine super Idee. Nicht unbedingt vom Feind nachladen. Das Lobo da mal. Dana? Da mal. Hö. Oh. Hast du mich erschrocken, Junge? Nicht mal ganz so. Das ist nicht gut für dein Herz. Was? Waaah. What the fack ist denn hier los? Schon wieder die Slowbodana. Schauen wir mal. Oh, schauen wir mal. Oh, sind die ja alle so in Weihnachtsstimmung? So, den haben wir. Ist hier noch einer? Nee, hier ist keiner mehr. Slowbodana. Ich. Juck. Juck. Irgendeinen Vogel hat man immer in der Runde, den man am liebsten erwürgen könnte. Mit Leidenschaft. Und Slowbodana, du bist es diese Runde. Oh, wo habe ich denn da jetzt hingezielt? Ich muss mal eben gleich irgendwie versuchen, meinen Mauspad so ein bisschen wegzuschieben. Ich sitze hier gerade irgendwie so leicht verkrüppelt. Der Maus in der Hand darf. Nee, 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 nee. Kollege, so nicht. So geil das nicht. Alter, ich muss jetzt mal eben kurz schieben, schieben, schieben. Und dann gucken wir, dass ich jetzt hier besser klarkomme. Ich hoffe, man hat das Rascheln nicht zu sehr gehört. Halt, wo bin ich da? Ach. Anstatt einen Zentimeter nach rechts zu gehen. Nein, da muss er mich blocken. Ja, und dann verpisse ich aus dem Raum, du kleiner Kackvogel. Ah, super. Ich nehme auch gleich mal wieder die AK für eine Runde. Alter, was ist denn mit dir? Das läuft dann bei dir nicht richtig. Nein. Ach ja, ich wollte die AK nehmen. Nein, ich habe es verpasst. Gut, wählen wir das jetzt. Oh, jetzt habe ich den nicht gesehen wegen dem scheiß Waffenauswahlfenster. Total uncool. Das finde ich, hätten sie so ein bisschen dezenter halten können. Dass man das nicht so extrem sieht. Das hat mich gerade extrem verwirrt. Ja, so nicht, Kollege. So nicht. Was war das, Alter? Habt ihr das gesehen? Das sah gerade aus, als hätte er die Maus von links nach rechts rüber geschmissen, nur um mich noch zu erschießen. Häufig. Komm, zeig dich. Dass die TAR mehr Damage macht, als die AK kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe ihn definitiv getroffen. Loop down. Ich habe dich sowas von getroffen und du stirbst nicht, Junge. Was ist da? Das ist das, was ich im ersten Video, glaube ich, gemeint habe. Dass die Hitbox manchmal mir den Eindruck macht, als wäre die so krass verschoben bei manchen. Dass du das Blutspritze siehst, aber derjenige wird einfach nicht getroffen. Oder das ist bloß Einbildung. Ich weiß auch nicht. Das kann auch sein. Komm, zeig dich nochmal. Da. Ja. Ich kann es. Ich weiß nicht. Ob das so normal ist, ob das ein Chulo ist oder was. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Es sieht jedenfalls nicht normal aus. Sagen wir es mal so. Das Blutspritze hinten an die Wand ohne Ende und der Typ, der fällt einfach nicht um. Da. Ich habe ihn wieder getroffen. Das sind dann so Sachen, wo ich nicht verstehe. Okay. Mal holen die Runde sowieso gleich vorbei. Ja. Dann eben. Das ist schon Merkel würdig. Und da ist die Wunde auch schon vorbei. Juhu. So. Schauen wir gleich mal, wie wir gespielt haben. Ich hoffe besser als in der letzten Runde. Ich hoffe, dass wir auch mal positiv sind. Ne? Das ist ein gutes Gefühl. Das ist. Das tut gut. Das ist. Oh. Ich habe gleichzeitig noch ein Level abgemacht. Ne? Das ist doch nett. 100 Medaillen. Dazu. Was die Medaillen betrifft, dazu komme ich im nächsten Video auf jeden Fall. Da werde ich dann noch ein bisschen was dazu erzählen, was ich davon halte. Und wir haben 2019 gespielt. Naja. Gut. Das ist eigentlich positiv. Auch wir sind positiv. Was sollt. Auch das ist ein positives Game. Kiwi Sin. So. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo, ein Like oder einen Kommentar da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier bei Grizzly TV. Bis dahin. Haut rein.